Musik Mein Wort ist Stückgut. Stückgut ist ein Projekt der Pfarrei St. Zuriakus. In der Stadt sind wir unterwegs und gestalten Bänke, wie jetzt hier die Bank mit den Farben der Ukraine. Wir laden ein, über den Frieden nachzudenken. Das kann man dann auf unserer Facebook- und auf unserer Instagram-Seite nachlesen. Stückgut möchte Menschen miteinander verbinden, in Beziehung bringen. Einmal durch die Gestaltung von Bänken, aber dann auch demnächst ab Ende April in unserem Ladenlokal am Kirchplatz 23. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.